UNTERTITELUNG Mir war es sehr früh wichtig, autark zu sein. Das hieß auch, nicht nur an Bekannten festzuhalten, sondern neue Wege zu gehen. Ich werde nie aufhören, an meinen Traum zu glauben. Ich will Vorbild sein. Will meinem Umfeld zeigen, dass man als Musiker erfolgreich sein kann und dass es möglich ist, seinen Traum zu leben. Um seinen eigenen Weg zu finden, muss man ein Gefühl, ein Instinkt dafür entwickeln, was man wirklich will. Ich kann gut damit leben, zu scheitern. Viel besser ist es gar nicht, erst versucht zu haben. Und ich habe gelernt, den Impulsen aus dem Bauch heraus zu folgen, ohne lange nachzudenken. Mein Rat an alle Kreativen? Achtsam sein. Beobachten, was um einen herum geschieht. Den Moment festzuhalten. Das ist wichtig. Ich liebe es, zuzuhören, die Geschichten, die andere mir erzählen, zu Songs zu verarbeiten. Man legt mit anderen Menschen ein Stück Weg gemeinsam zurück und es entsteht etwas völlig Neues. Raum für ungeahnte Ideen. Entspannender Dialog. Nummer 5 MDR 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020